Musik Na komm, Arbeiter Was eigentlich auch ganz gut ist, ist, dass zum Beispiel alle Ressourcen in Richtung von Waldfrüchten, die halt gegessen werden können oder halt landwirtschaftliche Erzeugnisse, einfach als Gemüse gelagert werden und nicht als unterschiedliche Essensgeschichten. Das ist halt zusammengefasst worden, Obst und Gemüse. Man kann später auch noch Brot backen. Es gibt halt eine Mühle, die malt dann das Weizen, aber es ist halt dann schon eine richtige Produktionskette, die jetzt für das Anfang des Spiels vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist. So, das Absenken hat geklappt. Man muss sich natürlich auch immer ein bisschen darum bemühen, dass es genug Häuser gibt für alle Einwohner, beziehungsweise dass auch neue Erwachsene halt Männlein und Weiblein in ein neues Haus ziehen können und dann da Grab machen können zusammen. Manchmal auch Sex. Und ich glaube, das Element Lehm, nee, stimmt gar nicht, das Element Heu gab es bei Banish nicht für den Aufbau der Häuser und Lehm gab es auch nicht. Also es gibt halt mehr Grundelemente, die man sammeln muss, um zu bauen. Banish basiert ja dann auf Holz und Stein überwiegend. Anfänger du 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 informations auch Ah, wir haben schon wieder Framedrops. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Irgendwie seit ein paar Tagen, interessiert zwar die Leute nicht, die da auf YouTube gerade gucken, aber seit ein paar Tagen habe ich einfach das Problem, dass vor allem über diese Restream-Plattform es immer wieder zu Problemen kommt, an alle unterschiedlichen Plattformen weiterzureichen. Und wir manchmal einfach Framedrops haben, aber dann nicht mal eben vor ein paar Sekunden, sondern ein paar Minuten eher. Was sehr, äh, ärgerlich ist. Und zur Info, ich kann alle Chats wieder lesen. So. Noch einen weiteren Forstwirt einteilen. Der jugendliche Mika ist älter geworden. Das ist jetzt verarscht, oder? Ich kenne nur einen Mika. Und das ist bei uns die P-O-Äh. P-A-T-Hure. Nein, nicht Hure, sondern, ähm, der einfach sehr gut darin ist. So, noch ein bisschen weiter. Holzmilch sieht gut aus, jetzt wird es langsam richtig kalt, minus 2 Grad. Rauchfaden haben übrigens die Gebäude immer. Egal ob Winter oder Sommer. Die machen aber bei 40 Grad den Ofen an. Guck mal, hier leben zum Beispiel. Was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, Na, normalerweise sollte es so sein, dass Männlein und Weiblein in jedes Hauses kommt. Aber hier ist, glaube ich, das so genderfrei, dass generell auch Frau mit Frau im Haus leben kann und Kinder kriegen kann. Was ein bisschen irritierend ist manchmal. Oh, anscheinend habe ich auch noch... Moment. Jaden und Carl, zwei Fischer, leben zusammen. Nicht, dass die Homosexualität jetzt mein Dorf hier schon am Anfang tötet. Die sollen gefährlichst mit anderen Männern zusammenleben und nicht hier irgendwelche Männer-Männer-Beziehungen machen. Die Frage, was das Frostzeichen bedeutet über dem Feld, ist ganz einfach. Das bedeutet nämlich, es ist inzwischen zu kalt geworden, um Kartoffeln anzupflanzen. Deshalb ist der Feldarbeiter jetzt auch nur noch Träger. Der verdient, also wenn der auf dem Feld nicht arbeiten kann, macht der automatisch andere Arbeiten. Oh, oh. Ich habe geschafft, die Leute einzusperren. Durch das Terraform. Ein Traum. Ähm... Da ist es doof, weil hier nämlich... Okay, mit vier Jahren Jugendlicher. Dann kann es natürlich sein, wenn ich das Haus nochmal entferne. Dass die woanders hin umziehen. Ah, die können ja die Ecke nicht runtergehen. Aber ich kann da nichts verändern. Und so werden die immer unglücklicher hier vorne. Krass. Die kommen ja auch nicht weg. Ähm, dann lasse ich das genau anders machen. Boah, ich finde auch jeden scheiß Bug in Spielen. Das ist sehr ernüchternd. Und jetzt erfrieren die und haben Hunger und sterben. Ein Traum. Ähm... So, Feldarbeiter weg. Da hin. Ich muss gerade irgendwie versuchen, die Lage noch ein bisschen zu retten. Ach, da sind sie jetzt einfach tot umgefallen, weil es zu kalt war. Und unsere Leichen werden verbrannt. Immerhin. So, jetzt bräuchte ich noch irgendwas, was zum Beispiel den Abriss des Gebäudes rückgängig macht. Äh... So, stopp. Hört auf, das zu bearbeiten. Weil das Problem fängt ja schon hier vorne an. Nein, zieht nicht in das Haus. Das Haus des Todes. So, hier vorne haben wir auch ein Gesundheitsproblem. Ha, ha, ha. Jugendlicher East hat dann unter Kühlung gestorben. Kann mir nicht so schwer sein, mal eben das Feld hier abzureißen. Solange Winter ist, ist das eh egal. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens einen Teil der Ressourcen wieder, aber müsste so sein. Oder auch nicht. Egal. Ähm... Ich überlege, ob das jetzt so besser wird. So, immerhin sind alle anderen wieder in die anderen Häuser gezogen. Naja, im Sommer werden sie vielleicht dann Liebe machen, dann kriegen wir neue Kinder. Nutz der Scheiterhaufen sich ab. Ich glaube nicht. Es werden einfach immer mehr Leichen draufgeschmissen. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Du kannst erst mal aufhören, im Forstbetrieb zu arbeiten. Werd mal auch Bauarbeiter. So, Brennholz sieht ja alles immer noch okay aus. Oh, könnte nicht ein bisschen schneller die Erde umgraben. Wir müssen nämlich ein neues Feld anbauen, was jetzt gerade ein bisschen wichtiger ist als den anderen Kram. Aber anscheinend scheint es nicht so einfach zu sein, Landschaftsgärtner zu sein, beziehungsweise Ebenenmacher. So, Brennholz gibt es mir als genug, dann wirst du auch Bauarbeiter. Offizielle Kopie? Es gibt keine offiziellen Kopien. Ich würde auch dem Macher von Banished empfehlen, gerechtlich gegen dieses Spiel hier vorzugehen. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Du, 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 du. De, 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 de. Na komm. Grabt! Grabt, meine Bauern! Bodet ein tiefes Loch. Boah, gibt's doch nicht. Das Fragezeichen bedeutet übrigens nur, dass es zurzeit keinen gibt, der da arbeitet. Muss aber auch nicht. Trinkst du Coca-Cola oder Pepsi? Ich trinke einfach ne Cola. War mir das Gefühl, das ist doch schon gerade. Die Bullen da immer wieder mal ein bisschen an der Seite, aber passiert doch nix. Komm. Reicht jetzt. Ähm. Du, 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 du. Nicht Erz abbauen. Blablabla. Wir könnten auch Feldfrüchte sammeln übrigens. Wir können auch Obstplantage bauen und so ein Blödsinn. Und vielleicht nicht ganz von der Ecke ausgehen, sondern ein kleines Stück weiter unten. Ich hoffe, ich kann's nachher noch begradigen nach unten. Ein bisschen mehr. Ich glaube, das hat nicht richtig funktioniert, weil das Gebäude einfach so nach dran steht. Wäre schon fies, wenn Bären wirklich angreifen würden. Ne, kann ich nämlich nicht. Oh. Damit haben sie sich echt keinen Gefallen getan. Mit diesem dämlichen Tool fürs Planieren zum Beispiel der Grundfläche oder für alles auf eine Höhe kriegen. Na komm. Nehmt das Feld eben auseinander. Schon Frühling keiner will arbeiten. Krass ist auch einfach, dass hier steht, der wäre krank oder der Mika. Aber ich weiß nicht, was der hat oder was ich dagegen tun könnte. Also klar, ich kann eine Apotheke halt aufbauen. Aber der braucht dann ja auch irgendwie Früchte oder sonst irgendwas. Oder irgendwelche Pilze aus dem Wald, die ich irgendwie noch sammeln müsste. Also das ist ein bisschen learning by doing. Ach, jetzt habe ich die KI hier oben auch kaputt gemacht. Weil jetzt kommt keiner das Ding abreißen. Ah, jetzt tun sie es. Russische Frauen, die können ganze Baumstämme tragen. So, das ist das, was ich noch erreichen wollte. Dann haben wir endlich eine schön gerade Ebene, die wir schön benutzen können, um da schöne Sachen drauf zu bauen. Es hat auch nur gefühlt vier Jahre gedauert. Nein, vier Jahreszeiten. Bei Banish wäre ich übrigens schon längst tot. Wenn ich so lange auf Nahrung verzichten würde, in irgendeiner Form. Da war der Stahl auch immer das Schwierigste. So, jetzt aber. So, neun breit ist das kleinste, was möglich ist. Dann setzen wir den so an. Daneben haben wir ja auch ein bisschen Platz. Mal eben gucken, in welche Richtung der Ausgang ist. Und ich mache einen Abstand mehr zum Feld hin, damit die sich in dem Zaun verkeilen, wie wir es vorhin hatten. Können wir schon auf drei runter gehen? Äh, Feldarbeiter, das war... Hm, gleich ist es eh eingeblendet. Jetzt. So, pflanzt mir die Kantoffeln an. Danke. Jetzt gucke ich mal eben, was kostet denn eine Apotheke? Hospital ist schweineteuer. Scheiterhaufen ist nicht so teuer. Apotheke ist irgendwo dazwischen. 40 Lehm, 40... Was war das? Eisen, glaube ich. Erz. Ja, und die Apotheke sammelt nämlich, glaube ich, auch im Wald dann die Ressourcen zusammen. Entweder das oder dieser Einflussbereich ist, ähm... Das ist das... Das finde ich auch ein bisschen schade. Das... Der Infoscreen... Ich würde jetzt sagen, vom Aussehen sieht es aus wie so eine kleine Hexenhütte und die werden dann irgendwelche Pilzer oder Kräuter im Wald sammeln. Und da ist kein Einflussbereich für... Ach, guckt mal, hier gibt es, ähm... In dem Einflussbereich würden letztendlich Leute gehalten werden. Das macht keinen Sinn an der Stelle für mich. Ich glaube, mir brennt gerade mein Forsthaus nieder. Bernd, es regnet. Das Spiel sagt mir, das Gebäude brennt nieder, wenn ich kein Wasser hinbringe. Also, tschüss Forsthaus. Aber es ist kein Grund in der Nähe. Und so fackelt mir die Kacke ab. Während es regnet. Und nein, es gibt hier auch keine Überfälle. Und das Forsthaus brennt ganz schön lange. Mal eben ein bisschen Stein auch einsammeln. Der gießt bestimmt noch hier bei uns relativ nah am Lager irgendwas. Ja. Ich glaube, das brennt einfach so lange, bis ich genug Wasser hingebracht habe. Kanadisches Holz brennt ewig. Anscheinend. So, noch über 400 Brennholz brauchen wir gerade also auch nicht. Der Fisch hält uns so... ...über Wasser im Moment. Mit 1400. Aber wir haben ja kein Gemüse oder sonst irgendwas. Ich kann noch nicht sagen, ob die KI besser ist hier. Zurzeit wirkt es auf mich, dass die KI zu doof ist, um Feuer zu löschen. Was übrigens seit... ...acht Tagen brennt. Es wird wahrscheinlich noch eine biblische Geschichte werden am Ende. Konzentriert euch mal nur auf das Gebäude hier. So. Sieht doch noch gut aus. Jetzt brauchen wir bestimmt noch Bauarbeiter, die das Gebäude wieder instand setzen, oder? Oder sah es schon immer so aus? Ah, das ist auch so doof, dass ich die drei Jugendlichen verloren habe im Winter, weil sie sich verkeilt haben. Das hat mich einfach zeitlich nochmal zurückgeschmissen. Ich dachte, die schaffen ein bisschen mehr in der Zeit. Mir wird gerade der Tipp gegeben, dass mein Titel bei Twitch noch auf Gaming-Talkshow steht. Das ist aber korrekt. Weil keine Streaming-Plattform kennt dieses Spiel. Ich kann nichts anderes einstellen. Da muss man dann immer ein bisschen tricksen. Das ist so Hitbox-Live-Show. Bei YouTube schreibt man gar nichts rein. Aber YouTube denkt dann immer, man spielt irgendwas, was so ähnlich ist wie der Titel. Schmelzer gießt Erd zu Gusseisen. Brennofen benötigt. Köhler produziert Kohle von Balken. Brennofen erforderlich. Tischler schnitzt einfache Werkzeuge. Schreinerei erforderlich. Ah! So ist es also. Mit der Schreinerei komme ich dann schon über die Runden in Richtung Werkzeug. Wenn wir natürlich Heu und Erz nachher noch einsammeln. Ach, die bauen noch. Ich dachte gerade, ich... Die wären schon fällig. Über die Mucke kann man sich übrigens streiten vom Spiel. Ermöglicht es dir, Kräuterkundige einzustellen, welche Kräuter sammeln, um kranke Dorfbewohner zu heilen. Also, wirklich. Das Hexenhaus ist gerade der Bär da reingegangen. Ja. So. Obwohl... Ne, den Forster brauche ich noch nicht. Ähm... Lass da mal stehen. Ja, super. Die Ernte geht uns gerade flöten. Ich gebe mal an, der soll jetzt alles ernten. Generell ist der Wachstumsfortschritt auch durch. Wir stellen mal einen zweiten Farmer ein. Was übrigens gerade nicht möglich ist, weshalb auch immer. Beziehungsweise wir können keinen Weiten auf das Feld ansetzen. Damit das Feld schneller abgebaut wird. Hm. Schade. Hätte man vielleicht auch ein bisschen intelligenter lösen können. Mensch. Und dann geht's da mal, der ist mein странer. Wir haben ihnenAND editiert. Natürlich wurde es sein, der Scheidei über eine Kleidung hinaus.